Wenn die Ladung überdimensional, lang, breit oder hoch ist, dann ist das genau unser Fall. Wir befördern nämlich genau solche Güter, bei denen andere leicht ins Schwitzen geraten. Etwa diese 31 Meter langen Leinbinder. Wir liefern sie zu einer Baustelle nach Hermagor. Weiters transportieren wir auch überdimensionale Industriegüter aller Art für unsere heimischen Industriebetriebe. Unsere Kärntner Chauffeure meistern alle Gefahrenstellen mit einem ruhigen Fuß und viel Fahrgeschick. Dabei ist uns eines besonders wichtig, die Sicherheit. Begleitfahrzeuge sorgen dafür, dass wir von den anderen gesehen werden und machen uns auf etwaige Straßenprobleme aufmerksam. Schwierige Sondertransporte finden ausschließlich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden statt, um den Tagesverkehr nicht zu behindern. Denn eines ist klar, egal wie groß das Transportgut ist, wir Kärntner Transporteure bringen, was sie brauchen.